Herzlich Willkommen zu unserem Endfazit über den DREAMY A1. Unsere Tests sind abgeschlossen. Wir haben den Mähroboter von DREAMY mehrere Wochen jetzt sehr ausgiebig getestet und da möchte ich erst nochmals recht herzlich bedanken an die Firma DREAMY, die uns den A1 zu den Test Zwecken zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin ganz ehrlich, wir sind ja ein ehrlicher Kanal. Wir sagen alle vor und vor allem auch alle Nachteile über solche Geräte mit auch der ein oder anderen Gefahr, dass wir von den Herstellern auch nichts mehr gestellt bekommen. Aber in diesem Video kann ich euch versprechen, erfahrt ihr alle Vorteile und vor allem auch alle Nachteile über den DREAMY und das sind leider Gottes einige. Vor ein paar Wochen war es soweit, da haben wir den DREAMY A1 geliefert bekommen und wir hatten mega Vorfreude auf den A1, weil ich von der Firma DREAMY brutal viel halte. Ich habe zu Hause auch DREAMY Geräte, ich habe einen Handstaubsauger, sogar mehrere. Ich habe einen Saug- und Wischroboter von DREAMY auch mehrere und ich muss echt sagen, wir sind, Alex und ich, wir sind von DREAMY restlos überzeugt und ich bin auch der Meinung, die haben nicht nur ihre Daseinsberechtigung, sondern sie sind im Saug- und Wischroboter Bereich in Deutschland ganz klar Marktführer und ich bin der Meinung, das haben sie auch zu Recht, weil DREAMY wirklich eine sehr hochwertige Firma ist. Als der DREAMY kam, wie gesagt, voller Vorfreude haben wir uns den angeschaut und haben da auch ein Vorstellungsvideo gebracht, das blenden wir euch gerne oben ein. Ihr dürft das gerne mal anschauen und die Verarbeitung von der, von der Haptik alles ist es okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber das Design gefällt mir nach wie vor unglaublich gut. Er erinnert mich immer noch an Porsche. Das ist wirklich ein richtiger Hingucker. Ich finde ihn richtig gut, auch mit dem Display innen drin. Sieht alles wunderschön aus, alles top. Jedoch hatten wir in den ersten Tagen, wo wir denn hier auf unserer Testfläche laufen ließen, hatten wir schon das ein oder andere Problem, haben aber dann auch gleich was Positives festgestellt und deswegen würde ich jetzt erst mal auf die positiven Dinge eingehen. Die sind leider nur sehr wenige, aber trotzdem gehen wir da kurz drauf ein. Ein Vorteil habe ich gerade schon erwähnt, nämlich das Design. Mir gefällt er einfach unglaublich gut. Das ist einer der schönsten Mährobys, den ich je gesehen habe, weil einfach er sieht nicht zu futuristisch aus, aber auch nicht zu Mähroboter Style. Er sieht einfach wunderschön aus, richtig gut gelungen. Wie gesagt, ist aber persönliche Ansicht sei. Was ich auch richtig gut finde, ist nämlich, dass er kein RTK mehr ist, sondern ein reines LIDAR System. Bedeutet, er hat hier oben sein LIDAR System, das ist ein Laser Navigations System ähnlich oder nicht ähnlich, sondern genauso wie ein Saugroboter heutzutage oder ein Wischroboter. Erkennt er per Laser, per Abstands Laser und weiß genau, wo er ist und wo er nicht ist und wo seine Hindernisse sind. Das ist richtig gut. Das bedeutet, ich habe beim Einrichten und das ist ein weiterer Punkt. Ich habe beim Einrichten keine Antenne, wo ich irgendwo aufs Dach drauf machen muss, wo ich schauen muss. Hat er Empfang? Hat er keinen Empfang? Das Einrichten war bei dem Dreamy bisher der schnellste Mährobi, den wir je getestet haben. Einfach Steckdose, Ladestation einstecken. Das war's. Mähroboter einmal um die Grenze fahren ging okay, war nicht perfekt. Er war vom Steuern etwas sehr hakelig, so Roboter Style mäßig, ist aber ganz viel von der Software. Ich denke, wenn sie dann nacharbeiten, dann wird es schon deutlich besser. Ja, vom Mähbild muss ich sagen, da wo er gefahren ist, da ist er schön, da hat er keine Bahn stehen lassen. Das war gut. Das Schnittbild, die Schnittqualität von den Messern, von den Umdrehungen war gut. Das Gras wurde sehr gut abgeschnitten. Das hat uns sehr überzeugt. Das hat gepasst. Was uns auch überzeugt hat, zumindest im Ansatz überzeugt, war das Schnellwechselsystem. Das fand ich richtig gut. Anfangs muss ich echt sagen, haben sie sich was Cooles einfallen lassen. Und zwar ist hier ein Schnellwechselsystem. Ich drücke hier einfach einen Knopf rein und kann dann die Klinge wechseln. Aber wie ihr seht, ist nur anfangs gut. Und jetzt mittlerweile die Klingen, die sind erst wenige Tage drauf. Und genau das ist schon mal eine Schwachstelle. Und genau jetzt kommen wir auch schon zu den Negativpunkten. Weil mit den positiven Punkten sind wir eigentlich schon durch. Leider jetzt kommen eigentlich nur noch die Negativpunkte. Das Schnellwechselsystem funktioniert leider nicht. Ich brauche eine Zange, um diese zu wechseln. Manchmal macht sich das sogar selbstständig. Das bedeutet, dass er Klingen einfach verliert. Das darf einfach nicht sein. Da müssen sie noch mal nacharbeiten. Und das ist der nächste Punkt. Man sieht es hier, der Merobi lief immer nur am Tag bei trockenem Rasen. Und ihr seht es vielleicht auch. Wir haben jetzt aktuell Trockenphasen. Der Rasen ist etwas durstig. Das heißt, wir haben hier die Klinge, die setzt sich zu, dreht sich zurück und dreht sich nicht mehr zurück. Also ich habe jetzt keine Handschuhe an. Ich muss aufpassen. Die geht durch die Fliehkraft nicht mehr raus. Das bedeutet, er hat nur noch zwei Klingen, wo er mähen kann. Das ist ein ganz großer Negativpunkt. Hat zwar jeder Merobi mal hier, mal da. Der eine mehr, der andere weniger. Aber so stark wie der Dreamy hatte ich es noch nie erlebt. Ich vermute ganz klar, dass es am Schnellwechselsystem liegt. Ansonsten vom Verschmutzungsgrad hielt es sich in Grenzen. Das war soweit in Ordnung. Jedoch, was wir auch gleich hier auf dieser Fläche bemerkt haben, ist seine Traktion. Der Dreamy soll angeblich 40 oder 45 Prozent an Steigung schaffen. Das sind natürlich ordentliche Zahlen. Und ich bin der Meinung, im meisten Heimrasen reicht es völlig aus. Jedoch haben wir festgestellt, dass selbst bei trockenem Rasen auf eberner Fläche der Merobi Traktionsprobleme hat, weil zum einen das Chassis sehr tief ist. Das ist ein Problem. Das heißt, sobald ich die Schnitthöhe höher eingestellt habe als 35 Millimeter, hatte ich das Problem, dass er beim Wenden über den Rasen drüber fuhr bzw. geschliffen hat und dadurch hat er Wendeprobleme gehabt. Und zudem sind die Vorderräder nicht ideal, was den Nachlauf angeht. Und dadurch haben sie sich sehr schlecht gedreht. Und dann hat der Dreamy sehr schnell Traktionsprobleme bekommen. Wenn dann noch ein feuchtes Gras von Morgenstunden da war, ein bisschen Tau drauf oder einen leichten Berg, so wie hier. Leichter Berg ist jetzt etwas untertrieben. Wir haben hier um die 18 Prozent, da hatte er gar keine Chance hochzukommen. Wenn er Anlauf hatte von unten war es okay. Aber wenn er hier gewendet hat, hier ist die Begrenzung. Hier hat er gewendet und hat versucht hochzufahren. Keine Chance. Da kam er nicht mehr weiter. Da hat er ständig Fehlermeldungen gebracht. Genauso wie dort hinten, da gab es auch massive Probleme, wo wir die Grenze schon nach ein-, zweimal fahren verändern mussten. Wir haben hier im Grenzbereich ca. 8 Prozent Gefälle. Das ist wirklich nicht viel, aber es reichte aus, um hier dem Dreamy massive Probleme zu bereiten. Hier geht es ein bisschen runter und da hatte er Probleme. Muss ich dazu sagen, hier haben sehr viele Mähroboter Probleme. Hier schaffen es die Allrad getriebenen Mährobys ohne Probleme. Also absolut gar keine Probleme, aber so schlimm wie beim Dreamy, das hatten wir eigentlich fast noch nie. Ein Kandidat hat es auch nicht geschafft, aber sonst hangeln sich die Robys hier so einigermaßen durch. Wo er selbst auch Probleme hatte, hier haben wir dann die Grenze relativ schnell umgeändert. Wo er auch Probleme hatte, war in diesem Bereich. Und hier reden wir von, ich müsste nachmessen, wir reden hier vielleicht von vier Prozent. Also es ist etwas mehr als in einem Duschbereich mit zwei oder eineinhalb, zwei Prozent. Hier sind wir ungefähr bei vier Prozent von hier bis hier. Und selbst da hatte er Probleme. Und es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass am Rand bei vier Prozent Gefälle ein Mährobys ständig Probleme bringt und bereitet. Und wir permanent auf unsere Testfläche mussten und mussten ihn am Tag mehrmals befreien, bis wir nach wenigen Tagen schon gesagt haben, es hat hier keinen Wert. Der Roby muss woanders hin, weil wir hatten noch ein anderes Problem auf der Testfläche. Wie gesagt, wenn er gemäht hat, hat er gut gemäht. Hier von Bahn zu Bahn, das hat gepasst. Aber wir konnten feststellen, dass wir auf dieser Fläche von da hier rüber zu bis zu seiner Ladestation, die an der Hütte steht, da war der Rasen extrem platt gefahren. Der war fertig, der konnte sich nicht mehr regenerieren. Wir haben uns schon gefragt, warum? Dann haben wir den Dreamy mal genauer beobachtet und konnten einfach feststellen, dass er hier in diesem Bereich völlig planlos von A nach B gefahren ist und wieder nach Z und wieder hoch und wieder runter. Er ist kreuz und quer gefahren, bis wir darauf kamen. Er sucht seine Bezugspunkte. Er musste immer wieder in einen Bezugspunkt fahren. Er hat gerattert, er hat überlegt, bis er wieder einen Punkt hatte und dann fuhr er wieder weiter aufs offene Feld und hat da dann wieder weiter gemäht. Wenige Minuten später kam er wieder zurück, wieder kreuz und quer gefahren, bis er wieder an seinen ursprünglichen Platz, wo er eigentlich mähen sollte, gefahren ist und hat weiter gemäht. Und das hat uns dann auch veranlasst, wo wir gesagt haben, okay, irgendwas passt hier nicht. Wir vermuten, dass die Fläche zu groß ist, die Fläche zu offen ist. Er zu wenig Bezugspunkte hat durch sein LIDAR System, weil ein LIDAR System braucht natürlich immer Bezugspunkte, feste Bezugspunkte, damit er weiß, wo er genau ist. Und wir vermuten, das fehlt ihm hier, weil er immer Richtung Gartenhütte gefahren ist, weil das lange große Wände sind, wo wir dann gesagt haben, jetzt kommt er da von unserer Testfläche weg und er kommt auf eine andere Testfläche. Und diese Testfläche, die ist so was von simpel und einfach, die ist nur circa sechs Meter breit und circa 20 Meter lang mit einer kompletten Mauer. Und da soll er doch definitiv Bezugspunkte haben. Die einfache und zweite Testfläche war nicht bei mir auf dem Rasen, sondern da unten. Denn wir wurden ja etwas erhöht, hier ist alles aufgefüllt und dort unten ist eine Grünfläche, die wir mähen dürfen. Und da haben wir gesagt, da bauen wir den Dreamy A1 auf, haben vorher die Fläche wie alle Flächen übrigens komplett runter gemäht auf drei Zentimeter. Das machen wir immer bei jedem Mähroboter Test, damit der Mähroboter anfangs nicht zu viel zum Arbeiten hat. Und wie gesagt, haben wir alle Flächen bei jedem Mähroboter werden vorher platt gemacht. Ja, so war es auch hier und hier muss ich sagen, hier haben wir erst mal eine sehr lange Wand, wo er einen Bezugspunkt hat. Hier haben wir die Mauer und von der Mauer sind wir nur ein paar Zentimeter weggeblieben und hier konnten wir sehr schnell feststellen, dass er immer weiter weg blieb. Er hat dann solche Grasbüschel, hat er als Hindernis erkannt und blieb weg. Man sieht es vielleicht auch noch. Hier ist es extrem braun, weil ich hier jetzt wieder von Hand runter gemäht habe. Hier hat er einfach was stehen lassen und das war anfangs ein paar Zentimeter. Dann war es immer mehr, immer mehr. Und auch da auf dieser Fläche, wo eigentlich keine Fläche, keine Mauer, nichts ist. Auch hier hat er einfach immer mehr stehen lassen. Das bedeutet der Korridor, sein zu mähen der Bereich war immer kleiner. Er war immer schneller fertig und somit hat das Kantenmähen nicht wirklich funktioniert. Ich hatte auch hier das Problem, ich habe ihn immer gut beobachtet. Ich habe auch gehört, der war sehr laut. Das LIDAR System ist sehr laut. Ich habe auch hier öfters das Problem gehabt, dass er nicht in seine Ladestation reinkam, weil auch Gras drüber gewachsen ist. Ich musste mit dem Rasentrimmer drüber. Das kenne ich so eigentlich von dem Mährobi nicht, obwohl der, obwohl die Ladestation frei zugänglich war, hatte er hier wirklich regelrecht Probleme reinzukommen, weil einfach er hat zu wenig, zu schlecht sein, sein Stationsbereich gemäht und dadurch musste man immer händisch nacharbeiten. Ja, die Fläche an für sich hat er eigentlich ganz gut gemacht, aber wie gesagt war immer kleiner. Dann haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass der Dreamy nicht mal eine Fläche von Länge mal Breite mähen kann. An was könnte es liegen? Es kam dann ein Update raus von dem Dreamy bezüglich den Kanten, was Hindernisse an den Kanten angeht. Und dann haben wir gesagt, wir geben ihm jetzt noch mal eine Chance. Wir gehen auf eine ganz andere Testfläche, ein richtiges, ein richtiges Grundstück. Nicht nur hier eine Fläche, Länge mal Breite mit Hindernisse, mit, ist aber alles eben mit Korridor, mit Hecke, mit allem drum und dran. Achtet bitte nicht auf den Rasen, der ist katastrophal. Es geht mehr um die Fläche und auch da muss ich ehrlich sagen, haben wir in mehrere Tage und Wochen, eigentlich Wochen getestet mit schier Verzweiflung. Und muss auch da sagen, hat er leider nicht gut gemacht. Wir sind auf unserer dritten Testfläche und das ist wie gesagt, wie angesprochen, eigentlich ideal. Hier ist alles, wir haben den Robi hier installiert, schöne freie Flächen haben wir. Wir laufen gleich rum, dann seht ihr alles und da ist auch eine Hecke, denn das wollten wir testen. Denn das Update hat gebracht, dass wir im Kantenmodus Hindernisse vermeiden können und er die Hindernisse missachtet, wenn an der Kante Hindernisse sind. Sprich, Hecken zum Beispiel, so verstehe ich das und da muss ich ehrlich sagen, hat es nicht funktioniert. Das Update hat leider nichts gebracht. Man sieht es vielleicht auch noch, hier wurde es erst von Hand nach gemäht. Der Robi, der ist wirklich, ich habe den unter die Hecke fahren lassen und habe ihn eigentlich auch mal mehr, mal weniger eingespeichert in die Hecke rein, ein bisschen weiter raus. Aber er hat immer hier schon gewendet, wir haben auch Bilder und Videos, die blenden wir euch alle noch ein und hier sieht man es vielleicht auch noch, hier ist ein bisschen oder hier ist gemäht, hier ist nicht gemäht. Das heißt, er hat jeden Wedel erkannt, was eigentlich ganz gut ist und hat ihn aber eigentlich ja auch im Randbereich dann nicht gemäht. Also eigentlich gut, was Hinderniserkennung angeht, aber leider hat er halt ein falsches Hindernis erkannt. Und ja, dann hier die Fläche hat er wieder gut gemacht. Keine Frage, auch hier, wo er drüber fahren konnte, das hat er echt gut gemacht. Er hat hier schön drüber gemäht, genau so wie ich es eingespeichert habe und das hat alles gepasst. Da kann man nicht meckern, das war wirklich gut. Aber auch da wieder im Bereich der Hütte, man sieht es auch wieder, hier sollte er eigentlich mähen. Er hat immer mehr stehen lassen, bekanntes Problem. Auch in diesem Bereich, die Insel hier, die habe ich ausgegrenzt, die Grillstelle, die habe ich ausgegrenzt und auch da fängt schon wieder an, dass er einfach zu viel stehen ließ. Ja, hier haben wir eine Engstelle. Diese Engstelle, die ist sehr problematisch, bin ich ehrlich. Das ist wirklich kritisch, da wird jeder Mährobi etwas Probleme haben. Wir haben hier wirklich, ja ich sag mal, vielleicht 70 Zentimeter, 60, 70 Zentimeter als Engstelle. Und hier haben wir gleich noch die Schwierigkeit, dass es hier extrem den Berg runter geht. Da bin ich so gefahren, dass er definitiv, ich wusste ja von seinen Traktionsproblemen und ich bin so gefahren, dass er hier möglichst auf der Ebene bleibt. Und hier ist die Ebene, hier fängt ein bisschen die Schräge an. Wir haben von da bis da auf die paar Zentimeter, haben wir ein bisschen Gefälle von ein paar Prozent, das ist wirklich ein bis zwei Prozent Gefälle. Ich bin dann so schön diagonal hier rüber gefahren. Leider, wenn er die ganze Fläche gemäht hat, je nachdem wie er gefahren ist, in welchem Winkel, weil er ändert ja jedes Mal seine Mährichtung. Wenn er der Länge nachgefahren ist, hat es funktioniert. Ist er quer gefahren, ist er hier immer drüber mit den Vorderrädern. Und durch die Traktionsprobleme hat er es nicht mehr geschafft hoch zu kommen, obwohl es nur zwei Prozent sind. Und dann ging er immer schön den Berg runter, ging auf die Straße und hier sieht man ja auch, wie er radiert. Wir haben von Anfang an auch gesagt, dass er den Hang natürlich nicht mähen soll. Wir wussten ja von den Traktionsproblemen und somit durfte er nur die obere Fläche mähen, wo alles eben ist. Den Flieder haben wir ausgegrenzt, auch da, das hat er soweit gut gemacht. Die Fläche, die hat er, wie gesagt, gut gemäht, wenn er gemäht hat. Er hat keine Bahnen stehen lassen, das war echt gut. Jedoch haben wir auch hier unseren Testball ihm mal vor seine Bahn geworfen. Und auch da mussten wir feststellen, dass er die Hindernisse eigentlich gar nicht erkennt. Man kann in der App einstellen, bis zu welcher Größe er Hindernisse erkennen soll. 10, 15, 15, 20 Zentimeter. Da war es auf die komplett niedrigste Stufe. Und da muss man auch sagen, er ist einfach über den Ball drüber gefahren. Er hat ihn einfach missachtet, er hat ihn regelrecht verletzt, er hat ihn klein gehäckselt. Und da muss man sagen, wenn das natürlich ein Igel wäre oder ein Kinderfuß, das geht gar nicht. Das ist einfach ein No-Go. Also, ja, das hat uns nicht so überzeugt. Wir haben dann auch den Support von Dreamy angeschrieben. Wir haben Dreamy gefragt. Wir haben sie konfrontiert mit den Problemen, mit allem, was wir hatten. Und dann kam relativ schnell auch eine Antwort zurück. Jedoch war das nicht wirklich eine Antwort, wo wir was mit anfangen konnten. Wir hatten so das Gefühl, die wissen von dem Problem, können uns aber nicht wirklich helfen. Deswegen gehen wir auch ganz stark davon aus, dass wir kein Montagsmodell erwischt haben, sondern dass es einfach so die gängige, ja, einfach normal ist bei dem A1. Was ich echt schade finde. Ja, vor allem, man muss auch sehen, der Preis, der Dreamy, der kostet 2000 Euro. Und das ist einfach zu viel. Selbst 1000 Euro sind meiner Meinung nach viel zu viel für einen Mähroboter, der eigentlich einen ganz schlechten Job macht, der seinen Job gar nicht erfüllt. Den man nur immer hinterher rennen muss. Deswegen von meiner Seite aus ganz klar keine Kaufempfehlung. Lasst bitte die Finger davon. Es gibt deutlich bessere Mährobys auf dem Markt. Gut ist natürlich das LIDAR-System, aber leider meiner Meinung nach noch nicht ausgereift. Ich hoffe, dass Dreamy dran arbeitet und ich hoffe, dass Dreamy auch am Chassis etwas arbeitet, damit er eine bessere Traktion bekommt, dass er einfach eine bessere Performance bekommt. Warten wir einfach auf das nächste Jahr und schauen, was Dreamy damit alles macht. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick verschaffen, was den Dreamy A1 angeht. Wenn ihr Fragen haben solltet, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.